Seid mir gegrüßt, meine lieben Devil Hunter, zur Review von Chainsaw Man, Kapitel 136, Normales Leben. Und bei dem Titel kann man schon suggerieren, dass es wieder mal ein Denji-Kapitel wird. Und genau so ist es auch. Asamitaka rückt erst einmal wieder in den Hintergrund, ist aber zu Beginn des Kapitels doch ein Thema. Denn zu Anfang sehen wir, wie schon gesagt, Denji, er soll ja jetzt ein normales Leben führen. Er soll Abstand nehmen vom Chainsaw Man und wir haben ja schon gesehen, das geht ihm ein wenig aufs Gemüt. Er will ja eigentlich der Chainsaw Man sein. Ein normales Leben ist für ihn ja vergleichsweise langweilig. Was ich eigentlich ziemlich interessant finde, weil wenn wir den Beginn von Chainsaw Man mal ein bisschen Revue passieren lassen, ja dann bemerken wir doch, dass das ja eigentlich das ist, was Denji sich immer gewünscht hatte. Ein normales Leben zu führen, in einer Wohnung zu leben, immer zu essen zu haben, aber mittlerweile ist ihm das halt eben nicht mehr genug. Er genießt die Aufmerksamkeit, die er als Chainsaw Man bekommen hat und natürlich hat das ein bisschen Abwechslung in sein Leben gebracht. Und eines darf man nicht vergessen, bevor Denji der Chainsaw Man wurde, war er ja auch ein Teufelsjäger. Doch kommen wir jetzt in das eigentliche Kapitel. Denji geht in die Schule, er ist sehr niedergeschlagen, ein gebrochener Mann könnte man sagen. Interessanterweise trägt er unter seiner Schuluniform ein Chainsaw Man T-Shirt, was einem Mitschüler auffällt, der sich hier direkt darüber beschwert. Wie kann man nur ein T-Shirt von Chainsaw Man tragen? Das ist doch ein Poser, der claimt ja im Grunde hier die ganzen Teufelsmorde, die eigentlich Asamitaka verübt hat. Und Denji, der versteht die ganze Welt nicht mehr. Vielleicht hatte man noch im letzten Kapitel gedacht, er könnte ein wenig gereizt sein auf Asamitaka, da jetzt viele seiner Aufträge oder seine Erledigungen von Teufel ihr zugesprochen wurden. Und deswegen spaltet sich jetzt auch die Schule in zwei Lager, nämlich die Asamitaka-Fraktion und auch die Chainsaw Man-Fraktion. Denn jetzt mischt sich ein weiterer Mitschüler ein, während der andere Denji noch erklärt, dass der Chainsaw Man eigentlich ein Täter ist und dass er Asamitaka Unrecht tut. Der andere Mitschüler, wie schon gesagt, er ist ein Chainsaw Man-Fanatiker und beschwert sich da und holt einfach mal zum Schlag aus, schlägt aber nicht den anderen Mitschüler, sondern er schlägt Denji. Jetzt bekommen wir einen Cut in dieser Szene. Ich werde trotzdem erklären, was passiert ist. Denji lässt sich natürlich nicht so einfach schlagen und hat zurückgeschlagen. Und so wie es aussieht, ist dieser Mitschüler im Krankenhaus gelandet. Weshalb Denji jetzt hier die Schelte von einem Lehrer bekommt, der ihm auch nochmal erklärt, ja, wir kennen das bereits, Kinder ohne Eltern, die neigen dazu, in Schlägereien zu geraten. Und ja, das ist quasi hier deine gelbe Karte. Wenn das nochmal passiert, Denji, dann fliegst du hier von der Schule. Als er dann das Lehrerzimmer verlässt, wird er abgepasst von Yoshi da, der sich ja immer noch ein bisschen um Denji kümmert, aber hauptsächlich natürlich, damit Denji nicht mehr der Chainsaw Man ist. Und er sieht auch so ein bisschen diese Schlägerei in der Schule kritisch, winkt das aber ein bisschen ab mit der Tatsache, ja, auch normale Highschool-Jungs brügeln sich halt hin und wieder mal. Deswegen drückt er hier an dieser Stelle nochmal ein Auge zu. Und Denji, ja, so wie immer, wenn er auf Yoshida trifft, hat eigentlich gar keine Lust auf den. Und Yoshida schlägt ihm dann halt etwas vor, um, ja, sein Gemüt ein bisschen wieder aufzuhellen und sagt, weißt du, was noch normal ist für normale Highschool-Jungs? Wir schwänzen jetzt einfach mal die Schule. Und genau das tun die beiden. Sie gehen nämlich, statt in die Schule zu gehen, in das Kino. Und da bekommen wir auch erstmal eine Szenerie serviert, die ein bisschen komisch ist. Beide sitzen alleine im Kino, schauen auf die Leinwand und vor der Leinwand, da liegt, ja, so eine Art Tintenfisch-Teufel, der aber bereits besiegt ist. Was ist hier geschehen? Hat Denji hier einen Teufel getötet, was er ja nicht tun soll? Nein, hat er nicht. Denn das waren die hauseigenen Kino-Teufelsjäger, die sich darum gekümmert haben. Yoshida erklärt es auch hier noch einmal, dass alle anderen evakuiert wurden und dass das ja ganz angenehm ist, dass man jetzt hier alleine im Kino ist. Und er beweist damit, Denji, dass der Chainsaw Man nicht mehr nötig ist. Du hast gesehen, Denji, auch ohne den Chainsaw Man wurde der Tag quasi gerettet. Die Kino-Teufelsjäger haben diesen Teufel besiegt, ohne deine Beihilfe. Du bist hier nicht der Hauptdarsteller in diesem Film. Du kannst ein ganz normales Leben führen. Und ganz ehrlich, das ist ein bisschen hier auf einer Meta-Ebene. Denn tatsächlich ist Denji gerade nicht so wirklich der Hauptprotagonist von Chainsaw Man, sondern Asami Taka. Oder zumindest war es Asami Taka für lange Zeit. Dass Denji jetzt wieder so stell im Fokus steht, ist ja auch erst wieder Zeit kurzem. Tja, und wie geht jetzt diese Szene aus? Denn jetzt kommt ein Mädel, das Yoshida Denji vorstellen möchte. Und ich dachte erst, jetzt kommt Asami Taka. Das wäre eine interessante Begegnung, weil ich nämlich nicht hoffe, dass der Chainsaw Man später noch gegen Asami Taka, alias natürlich der War Devil Yor, kämpfen wird. Wir machen uns alle Sorgen um Asami Taka und wir wollen nicht, dass sie stirbt. Und durch den Tod des War Devils könnte das natürlich passieren. Aber es ist ein komplett neues Mädchen, das uns hier auch nicht direkt vorgestellt wird. Außer, dass sie aus der gleichen Klasse ist wie Yoshida. Und sie darum gebeten hat, sie wird jetzt einfach mal Denji vorgestellt, weil sie ein Date mit Denji haben möchte. Ja, und Yoshida verlässt dann das Kino. Das Mädel setzt sich neben Denji. Und Denji, ja, der versinkt jetzt wieder so ein bisschen in seiner Melancholie und erklärt auf und sagt, weißt du was, ich bin heute nicht so gut drauf. Normalerweise bin ich eine, ja, unglaubliche Person. Verstehe mich nicht falsch. Aber heute geht es mir halt einfach nicht so gut. Ich bin auch nicht in die Stimmung für ein Date. Denn, ja, es sind so ein paar Dinge, die ich halt einfach nicht mehr tun kann. Und am liebsten, ja, da wäre ich doch wieder gerne alleine. Könntest du also, und in dem Moment, wo er sagen möchte, könntest du vielleicht bitte gehen, ja, berührt sie seinen Schritt. Ja, sie fasst seinen Piephahn an, wodurch natürlich Denji erst einmal erschrickt und sagt, oh mein Gott, du fässt hier meinen Piephahn an, was ist hier los? Und das Bild auf dem letzten Panel in diesem Kapitel ist einfach grandios. Denn eigentlich ist Denji ja derjenige, der sich so etwas wünscht, dass es endlich mal ein bisschen in die sexuelle Richtung geht. Wir erinnern uns, als er Asami Taka gerettet hat und ihr auch noch gesagt hat, wofür er lebt, dass er halt Sex haben will. Und jetzt bekommt er wieder diese Situation. Aber es ist nicht die Situation, die er im Grunde eigentlich haben möchte. Das hatten wir auch schon zu Beginn von Chainsaw Man, als er endlich Brüste berühren durfte. Aber das war ja auch nicht das Wahre, denn es waren die Brüsten von Power. Und die sind vielleicht ganz nett, aber da waren keine Gefühle im Spiel. Mal abgesehen von Denji, der nun seinen Piephahn berührt bekommt, sehen wir in dieser Situation auch das Mädchen. Ich habe sie jetzt vorher noch nirgends gesehen. Dass sie jetzt auch mehr oder weniger aus dem Nichts auftaucht, halte ich für ein bisschen komisch. Ich kann mir also gut vorstellen, dass sie auch mehr oder weniger für das Amt gegen Teufelsbekämpfung mitarbeitet und mehr oder weniger hier auf Denji angesetzt wurde von Yoshida. Vielleicht auch überredet wurde von Yoshida. Denn Yoshida ist ja so ein bisschen ein Frauenschwarm und der könnte vielleicht hier sie überzeugt haben. Hier, mach mal ein bisschen Spaß mit Denji und dann bekommst du auch ein Date mit mir. Denn sie grinst auch ziemlich hinterhältig. Ich weiß nicht, was da genau Sache ist. Und ob Denji jetzt tatsächlich sein erstes Mal im Kino haben wird mit einer völlig Fremden, kann ich mir halt auch sehr schwer vorstellen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass diese ganze Szene wieder unterbrochen wird. Entweder vielleicht sogar von Asami Taka. Das würde ich großartig finden. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Nayuta hier Lunte gerochen hat und da ein bisschen nachschauen gegangen ist. Und sie dann, ja, genauso wie es damals bei Asami Taka war, als Diebbrandmarkt und sie dann erst mal anfängt zu kontrollieren. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier im Kino zur Sache geht. Sonst wäre das natürlich kein Chainsaw Man. Und wir hatten schon so viele Mädels in Chainsaw Man, die am Ende zwar nett zu Denji waren, aber doch irgendwo einen eigenen Plan, eine Agenda verfolgt haben. Und hier kann ich mir bei diesen Mädels das genau so vorstellen. Ich möchte ihr allerdings auch kein Unrecht tun. Sie könnte das nächste Best Girl in einer langen Reihe von Best Girls in Chainsaw Man werden. Aber natürlich ist sie keine Asami Taka. Und ich freue mich auf das nächste Kapitel. Hoffen wir natürlich auch, dass wir Asami Taka wiedersehen. Denn sie hat ja auch einen ziemlich schnellen Wandel durchgeführt. Sie ist ja jetzt diese Top-Teufelsjägerin, die von vielen bewundert wird. Und es muss früher oder später zum Treffen zwischen Asami Taka und Denji kommen oder halt zwangsläufig dem Chainsaw Man. Denn was Denji ja nicht weiß, ist, dass Asami Taka das Ganze ja nicht freiwillig tut. Na gut, mehr oder weniger schon. Sondern aber, um dem Chainsaw Man zu helfen und indirekt natürlich ihm zu helfen. Auch wenn er diese Hilfe streng genommen eigentlich gar nicht möchte. Ich fand, das war ein sehr kurzweiliges, aber sehr, sehr lustiges und interessantes Kapitel. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von Kapitel 136 gehalten habt. Denkt ihr, Denji führt jetzt ein normales Leben und wird den Chainsaw Man hinter sich lassen? Wird es hier zur Sache gehen im Kino? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Und wenn euch meine Review gefallen hat, wenn euch Kapitel 136 von Chainsaw Man gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr Chainsaw Man Reviews und natürlich viel mehr Chainsaw Man Content und natürlich weiteren Anime und Manga Content. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch für euer Einschalten und Zuhören. Und bleibt gesund, bleibt am Leben, bleibt Chainsaw Man gewogen, bleibt mir gewogen. Ade!